Nöchel Hygieneservice, Ihr professioneller und kompetenter Partner in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion und Tatortreinigung. Nöchel Hygieneservice mit Sicherheit sauber. Liebe Fans, es ist der Dienstag der 26. Dezember 2023 und es heißt Eis-Hockey-Zeit, Weihnachtszeit hier in Kassel. Und dazu begrüßen wir euch ganz recht herzlich in unserer schönen Nordhessen-Arena, dem Zwinger unserer Kassel, der Kassel! Und jetzt an die Kassel! Immer an dieser Stelle ein herzliches Hallo an die mitgereisten Fans von den Eisbären Regensburg. Herzlich willkommen hier in Kassel. So ein Spiel angemessen, würde ich mal sagen. Voll schön, ja. Weihnachtszeit, Eishockey-Zeit. Auch die enge Spielfrequenz. Tor für Kassel! Das war Joey Koysen mit einem Distanzschutz. Und da war, glaube ich, keiner mehr von den eigenen Spielern dran. Schauen wir mal, wie viel Sicht McCollum da hatte. Auch nochmal in der Cycleball. Gut gescreent auf jeden Fall. Hans Detsch hat da eingeparkt und ist auch im richtigen Moment mitgegangen mit McCollum, der da nicht viel halten konnte. Guter Check da von Preto. Gegenspieler zeigt sich gänzlich unbeeindruckt davon. Da Regensburg. Ja, mit Shorthander. Hier in der Nordhessen Arena sehen wir es nochmal. Achter. Eiskalt auf die Fangernseite von Philipp Maurer. Sechster oder siebter Shorthander für Kassel, die das eine ganze Zeit lang ein bisschen besser in den Griff gekriegt haben. Du hast gesagt, es hat natürlich den richtigen erwischt, der da das Break bekommen hat. Nächste Chance hier zu Kassel und die sofort den alten Spielstand wiederherstellen. Darren Mischkowski, der hier wirbelt wie nur was und sich dann auf diesen Treffer erarbeitet. Hier guckt er nochmal drauf. Die Scheibe da mehrfach abgefälscht, dann von Olsens Schritschuh nach außen und dann kriegt Mischkowski genau auf die Kelle und kann dann ins lange Eck einschieben. Auch einige Regensburger, die den Weg hergefunden haben und unermüdlich Kette geben da im Fanblock der Auswärtsmannschaft. Abschluss, Lauri Tor! Fast außen nix ging es ganz schnell nach vorne. Flacher Handgelenkschuss von Joe Lauri. Hätte er keine Ohren, würde er im Kreis grinsen. Freut sich da über seinen Treffer. Wir gucken nochmal drauf. Kalt erwischt, genau zur Halbzeit. Und elf Sekunden hat es gebraucht vom Anspiel in der eigenen Zone bis zum Tor. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt muss Regensburg natürlich etwas aufmachen und mehr fürs Spiel machen. Aber sie kommen da nicht zu, weil die Huskis das Teil sofort auf 4 zu 1 erhöhen. Der Assist von Kreussen natürlich, der da hervorgehoben werden muss. Wir sehen das jetzt vielleicht nochmal. Geht zu 50% auf ihn. Der Rückhandpasta in den Slot zu Ryan Olsen und der fackelt nicht lange und schießt das Ding unter das Dach. Schöner Pasta von Kreussen und Ryan Olsen wusste auch genau, wo er sich bedanken muss. Und jetzt mit Geschwindigkeit. Da muss ein bisschen energischer gehen das Backchecking von Regensburg. Sonst gibt es nämlich die nächste Bude. 5 zu 1. Die Eisbären konsterniert müssen hier innerhalb von kürzester Zeit drei Gegentore schlucken. Und jetzt wird es ein verdammt steiniger Weg zurück in die Partie zu kommen. Hansrich, der den Treffer da erzielt, McCollum durch die Hosenträger. Ja, auch gut gemacht. Macht's. Und wieder Abschluss. Das ist Jorgen. Ein bisschen über die Scheibe gehauen, aber der Rebound. Jorgen nimmt Slot frei gestählt. Rebound Chance und dann am Kasten vorbei. War eine Ruchsprung-Einlage. Machen Brune jetzt mit dem Scheibenklau. Dann geblockt. Wieder Rebound. Das 6 zu 1 für die Askis. Die Scheibe springt da ein bisschen zufällig zu Alec Allroth. Der dann wenig Arbeit hat, die Scheibe im Kasten unterzubringen. Und es ist Pierre Preto, nicht Alec Allroth. Allroth mit dem Scheibenklauen. Preto der Torschütze. Ja, Abend zum Vergessen ein bisschen für Thomas McCollum. Kann man sich das Ganze auch mal anhören auf Spotify. Wenn Sie bei Instagram mal reinschauen wollen. Gefährliche Szene und das Bluten zu 1 für die Askis. Das nächste Tor. Die Scheibe da ins Slot rüber gesprungen. Wir sehen es da nochmal Olsen, der eigentlich da allein auf weiter Flur ist. Dann testet er McCollum. Und Conor Korte ist der Nutzließer des Ganzen. Und McCollum entnervt in seinem Kasten. Von Krefeld auffällig gewesen. Oh, Abstoß! Trivino! Schönes Tor von Corby Trivino. Handgelenkschuss in die lange Ecke aus kürzester Distanz. Da war nicht viel zu halten, obwohl Philipp Maurer ja die Fanghand auch noch rechts hat. Auch so halb hoch, wieder fieses Ding. Schon im Butterfly so ein bisschen nach unten für Philipp Maurer. Und dadurch, ja, konnte er den Winkel da nicht mehr verkleinern. Ich hoffe, wie Hans Deitsch, der frisch aufs Eis kommt. Saigo. Ah, der ist drin! Das 8 zu 2. Steven Saigo mit dem Schuss. Bin mir nicht sicher, ob da jemand noch dran war. Aber scheint der erste Treffer von Steven Saigo in dieser Saison zu sein. Ja, sieht aus, als wäre er glatt durchgegangen. Auch da wieder natürlich wenig Sicht für McCollum. Hans Deitsch, der wieder da einen Screen stellt. Und dann ist er zu spät unten. Ja, Weidner. Schöner Pass vor das Tor. Wieder ein Tor für die Huskies. Das neunte Tor. Und der erste, der zwei geschafft hat. Joel Lowry mit dem Treffer. Weidner muss da gültig. Bedient er da seinen Mann im Slot. Und wir sehen es nochmal durch die Beine von Katz Heidegger. Und dann greift auch McCollum wieder so ein bisschen daneben. Wie schon mal im ersten Drittel. Aber natürlich macht er die Bewegung. Er greift gar nicht daneben. Das sah in der ersten Situation so aus. Und das wird ein echtes Schmuckstück hier. Tor für Rueckensburg. Das bunte Scheibenschießen geht weiter. Das 3 zu 9 aus Sicht der Donaustädter. Wieder die Top-Formation. Müsste auch Corey Spirino gewesen sein, der da Maurer im kurzen Eck überwindet. Ein unfeuerhafter Treffer. Das kann man jetzt nicht so gut sehen können, wo der durchgegangen ist. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen laissez-faire, wie die Huskis da aus der eigenen Zone rausspielen. Und wieder Tor für Regensburg. Und so wird es richtigerweise bestraft. Das ist dann der Hattrick, oder? Ja. Der von alter Wirkungsstätte hier. Drei Treffer erzielt. Corey Trevino. Finde ich auch wirklich schwierig für sich so ein bisschen so gehen zu lassen kurz vor Ende. Auch weil die Fans immer nachhaltig mitgenommen werden, wenn man das eben aufrechterhält. Die Bude mal übers ganze Spiel. Aber das ist natürlich auch wieder Corey Trevino. Par excellence mit seinen klasse Händen. Schön verteidigt da Ron Schmidt, der da Bruno lang macht. Und das ist der Schlussakkord. Lukas Flade, der hinterm Tor die Scheibe verwaltet. McCollum dürfte bedient sein nach den neuen Buden, die er bekommen hat. Und auch jetzt dieser Wasserflaschenwurf spricht da sozusagen Bände. Und die Huskies mit, muss man wirklich so sagen, sehr verdienten Heimsieg in der Höhe. Da kann man sich immer drüber streiten. Aber das hat ja Regensburg auch noch ein bisschen relativiert hier in den letzten 20 Minuten. Nöchel Hygieneservice. Ihr professioneller und kompetenter Partner in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion, und Tapertreinigung. Nöchel Hygieneservice. Mit Sicherheit sauber. Nöchel Hygieneservice. Nöchel Hygienervice. Nöchel Hygienestens. Vielen Dank.